Ahoi Detektivinnen und Detektive und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. So wir stehen jetzt hier vor diesem grandiosen Spinn mit dem dicken Vorhängeschloss und haben die Brechstange dabei, um es direkt aufhebeln zu können. Aber mir ist eingefallen. In der letzten Staffel, in der letzten Episode haben wir da hinten, da links an dem Tisch, da lag ein Vorhängeschloss. Erinnert ihr euch? Das haben wir ein bisschen genau unter die Lupe genommen und dieses Vorhängeschloss war offen und unten war ein Code eingegeben und ich vermute mal stark, dass das dieses Vorhängeschloss ist. Na, könnt ihr euch noch dran erinnern? Ich weiß nicht, welche Folge es war. Folge 4, 5, 6, 7, irgendwie so mit, irgendwie sowas in dem Bereich muss es gewesen sein. Da war eine Zahl eingegeben. Komm, wir probieren das. Ich teste das jetzt aus. Wenn nicht, haben wir immer noch die Brechstange. Äh. So. 7, 1. Schauen wir mal. Wow. Wow. Haha. Das ist ja... Wow. Blackwell Parkplatz, sie weiß etwas. Okay. Das sind Tracking-Daten. Längen und Breiten gerade. Ah. Krass. T-W-N-P-K-S, was ist das? Twin Peaks? Ach, was. Er hat Nathan fotografiert, wie er Warren, Warren niedergeschlagen hatte. Twilight Zone. Ja, natürlich. Hm. Hatten wir denn hier eigentlich alles? Untersucht? Wow. Äh. Äh. Ne, aber wie und wann sollte Chloe... Naja, obwohl es wäre Chloe auch zuzutrauen, nicht wahr? Hm. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Danke für die Hilfe mit Nathan. Ich weiß die Geste zu schätzen. Was? Ich glaube, also ich, wenn ich, wenn ich das jetzt einfach mal spekulieren darf, ähm, ich glaube, der David ist diesem Preskitz ebenfalls auf der Spur. Ich glaube nicht, dass der so freiwillig mit denen zusammenarbeitet, einfach. Ah, also ich glaube, der hat da auch irgendwie, der, der ermittelt oder was weiß ich. tut zumindest so. Ja, das hatten wir hier alles, ne? Ja. Genau, das ist das. Mhm, 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 jo. Ja, mhm, jo. Äh, äh, okay, ne, dann gehen wir mal langsam wieder... Richtung Klö. Nö? Also, wir können nochmal einen kleinen Umweg... Oh, Foto, ich seh da was, ja. Einen kleinen Umweg. Hier machen, wo wir schon mal hier sind, schauen, was sich so verändert. Arcadia Bay Beacon. Öko-Apokalypse. Bis vor kurzem war Arcadia Bay eine idyllische Ecke an der Küste Oregons für Fischer und Touristen. Die Stadt, in der die Zeit stillsteht, befindet sich seit Anfang der Woche im Auge eines ökologischen Sturms. Nach einem unvorhergesehenen Schneefall, einer nicht vorhergesagten Sonnenfinsternis, toten Vögeln und einem halben Dutzend gestrandeter Wale wird das seltsame Wetter Arcadia Bay jetzt von prominenten nationalen und internationalen Wissenschaftlern studiert. Inklusive der NASA. Noch unglaublicher als diese Öko-Phänomene ist die Tatsache, dass nicht ein einziger Meteorologe auch nur eine stichhaltige Theorie oder einen Grund für das atmosphärische Chaos geliefert hat. Auf der nächsten Seite fortgesetzt. Ja, mysteriös. Na ja, im Moment drehen wir uns tatsächlich irgendwie... rennen wir von einem Problem zum anderen, aber... Na ja. So ist es halt. Huch. Ja, haben wir hier noch was? Ja, die Vögel. Das hat sich also nicht geändert. Es sieht so aus, ja. Es sieht ganz so aus. Naja, aber sonst ist hier, glaube ich... nichts mehr, oder? Noch irgendetwas? Bongo. Ne, 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 das ist alles. Alles, wie es war. Okay. Wo ist es? Das stimmt. David hat sich da auch nicht dran gesetzt. Oh, oh. Mhm, 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 mhm. Alright. Get out low. Ach, Chloe, rufen. Yo, Chloe! Are you ready yet? Äh, aha, okay. Sehr glücklich. Ich habe das secret-File Jackpot. Kate, Nathan und Rachel. Plus ein paar Location-Koordinaten. David ist wie ein ein-Mann-Surveillance-Army. Jetzt, los geht's hier, bevor wir busten. Mhm. Aber ich muss absolut, zu gehen, Kate in dem Hospital sehen. Ich will, wie sie geht. Ja, sehr wichtig. Das ist definitiv Kate's floor. Die Hospitalen immer freaks mich auf. Ich verstehe. Ich verstehe. Aber imagine, wie Kate fühlt. Ich bin so glücklich, dass ich sie wiedersehen kann. Ich hoffe, es ist nicht zu weird für sie. Nein, sie wird zufrieden, dass sie dich sehen. Wer würde es nicht? Das wäre es. Mhm. 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 Ich bin so glücklich, dass sie mich überrascht hat. Und du sie sie hat. Wie ich sie. Ich bin sorry. Mhm. Danke, Chloe. Aber nicht so, dass sie sich nicht verraten. Wir sind alle zusammen. Team Max. Ich werde Kate wissen, wir werden uns mit Nathan auf den Ballen gehen. Oh, ja. Ich bin auf. Ha 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 ha. Ha ha. Es gibt keine dummen Fragen, Maxi. Es gibt keine dummen Fragen, Maxi. Hm. Es gibt keine Ahnung. Danke. Kate. Es gibt so viele Menschen, die Sie lieben und wollen Sie helfen. Ich weiß. Sie sollten alle die Letters und Postkarten sehen. Ich habe die meisten von den Blumen zu anderen Patienten hier, weil sie sie mehr als ich. Ich stehe die Ballons, doch. Eine von den Universen gab mir ein Pen und Papier, um zu machen. Ich liebe Ihre Illustration. Sie sind ein bisschen schmerz da. Aber ich habe eine Idee für ein neues Bücher über Bullying. Ich dachte, ich habe ein paar Fotografien in da, auch. Ich hoffe, das ist eine subtelte Hint, dass Sie mir die Fotografien für den Bücher lassen können. Ha ha ha. Ja. Ich habe so viele Studenten von Flackwell geschrieben. Daniel und Mr. Jefferson. Auch Victoria hat mir eine sehr süße Hinten geschrieben. Und ich glaube, sie war real. Ich auch. Ich bin froh, dass Sie wieder glauben, Kate. Ich arbeite daran, Maxi. Ich hoffe, dass ich dieses Bild richtig bekomme. Gut. Schön, dass es hier wieder besser geht. Oh. Ich liebe Kate's happy rainbow flock. Hä? Hä? Süß. Süße Dinger. Nein, aber es ist schön, dass nach diesem ganzen Rummel und all diesem Trubel jetzt nochmal so ein bisschen Ruhe auch in Kates Leben wieder einkehrt. Genau. Wahrscheinlich nicht, nein. Hm. Time travel is such a mindfuck. Ja. So sieht es wohl aus. So, aber wir müssen hier leider. Haben noch keine Zeit. Wirklich, äh, gut. Zum Schnüffeln haben wir natürlich immer Zeit. Das ist so süß. Even Victoria signed. Aber nicht Nathan. Natürlich nicht Nathan. In unseren Herzen und Gedanken. Wir lieben dich, Kate. Blackwell Academy. Das ist Max. Victoria Chase might be Queen Bitch, but she's not evil. Kate, ich weiß, du hasst mich und aus gutem Grund. Aber ich will dich nur wieder lächeln sehen. Sag mir, wenn du irgendetwas brauchst. Ja. Irgendwas brauchst. Ja, Vicky, das ist halt auch so ein Fall für sich. Nicht wahr? No. Principal Wells knows how to step it up when he wants to. Liebe Kate, ich wollte Ihnen nur eine schnelle Besserung wünschen und Ihnen versichern, dass die ganze Blackwell Academy für ihre Rückkehr betet. Die Schüler und das Lehrpersonal haben eine Veranstaltung in ihrem Namen organisiert. Und nie zuvor habe ich eine solche Welle der akademischen und gemeinschaftlichen Unterstützung eines Mitschülers gesehen. Ich weiß, unter den gegebenen Umständen mögen meine Worte wenig bedeuten, aber es ist wichtig, dass Sie wissen, wir denken an Sie. Wenn Sie in irgendeiner Form Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht zu fragen. Mit freundlichen Grüßen, Direktor Ray Wells. Ja. Direktor. Ja. Haben wir hier noch irgendwas zu Kucki-Kuck? Nö, dann sprechen wir Kate doch mal auf Victoria an, oder? Oh, Moment. Na gut, das sind nur... Äh, nicht so richtig. Aber dann irgendwie auch schon, weil wenn's dir geistig wieder gut geht und du dort die Ruhe hast... Wenn das Kate durch die Nacht wird, dann geht's. Ja. Das sind schöne Blumen. Und von Taylor? Wow, Props zu ihr. Ja. Ja. Kate, es ist so gut, dass du wieder mit dir zusammenhängen. Max, ich teile dir so viel. Ich kann dir sagen, dass du mir über etwas zu sprechen möchtest. Ach, gehen wir erst mal... Fangen wir mal mal... Ne, fangen wir bei Kate... Äh, bei sich selbst an. Ja. Über sie. Ich will immer mit dir sprechen. Wir haben unsere T-Session dieses Wochen. Das war so nicht cool. Wir müssen wie eine T-Shop-Tour in Portland planen. Ja. Ja. Und du kannst auch einen Warrenen bringen. Ja. Du kannst auch einen Warrenen bringen. A Warren? Hi, Pi. Du weißt, dass er dich magst. Ich gehe mit ihm zu fahren. Also... Wir werden sehen. Mit dem, was passiert ist... ... mein Date sieht wunderschön. Nein. Du wirst das. Kate Marsh, Matchmaker. Ja. Ich bin glücklich, dass jemand rauskommt für mein Lieblingsleben. Auch Angelinnen brauchen Angelinnen, Max. Gut gesagt. So. Ja, dann lass uns erstmal über Victoria reden, bevor wir über... ... ich habe die Bibelung von Victoria gesehen. Ich habe die Bibelung von Victoria gesehen. Wie macht das dich fühlen? Max, ich weiß, dass Victoria... ... nicht... ... gut. Aber ich glaube, in die Verabschung und Verabschung. Ich bin vielleicht naid, aber ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich bin auch. Ich könnte eine Bildung von ihr, aber ich habe nicht. Ich habe eine Bildung von ihr, aber ich habe nicht. Und wir hatten einen... ...genüllen Moment. Ja, weil sie unsicher ist, genau. Fassade. Naja. Ja, das ist das Wichtigste. Ja. Tja. Ja, das wird wahrscheinlich mit der Familie irgendwie... ... ich glaube, seine Familie ist totalen, was er tut. Oder schlechte. Ich sage das immer über die Menschen. Aber Max, es gibt etwas Schmerz über die Preskonts. Es gibt etwas mit der Todes. Wir werden ihn verraten. Ich muss ihn finden. Ich muss nur nach Nathan's Nummer finden, nachher und nachher die Begriffe ich brauche. Max, bitte, lass mich helfen. Ich kann das Nummer und ich es dir. Okay? Natürlich, Kate. Ich kann das nicht ohne dich. Jetzt ist es Zeit für Nathan zu warten für uns. Ich muss nach unserer Mission zurückkommen. Du wirst nicht wissen, wie viel es bedeutet, dich wieder zu sehen. Ich weiß. Das ist der Grund, warum ich dich liebe, Max. Und danke, dass ich meine Brüche beinahe. Ich sage Alice, ich werde sie bald sehen. Ja, nun denn. Gut zu sehen, dass Kate is still working on her Book Report. Mhm. Okay, ich würde sagen. Mal gucken, können wir da nochmal zum. Können wir das Foto angucken. Aber damit hat sich das dann auch. Genau. Die Familie. Ja. Okay. Puh. Jetzt müssen wir also zu Nathan, ja. Oh nein. Oh nein. Ja, Attesa. Hi. Ja. Tan. reservations haben llamado dazu. Was ist das? Ich bin hier, nur auf der Kampus, wie alles normal ist. Ich weiß. Lame wie es so ist, Leben muss weitergehen. Ich glaube, dass es zu viel passiert ist in meinem Leben. Ja. Hm. Ja, du bist. Hot floor teacher. Gross! Du bist aus Kontrolle. Nicht, aber nur warten auf den Rager. Oh, shut up. Nicht so schrecklich, weil Mark Jefferson denkt, dass ich cool bin. Ich bin so ignorierend. Okay. Seit ich hier bin, ich will sehen, ob ich etwas von Justin kriegelebt habe. Ich habe ihn nicht mit ihm in einem Moment. Das ist ein tolles Plan. Mhm. Schauen wir doch mal. Kann ich jetzt vor... Ne, ich dachte gerade, ich... Können wir ihm den Weg versperren? Tja, der fährt uns einfach um. Der Sack. War das mit ihm? Ihr Kollege, hallo. Puh. Die Schweine. Die interessieren sich gar nicht für uns. Unverschämtheit. Na gut, dann gehen wir erstmal... ...hier weiter. Und sprechen mit Brooke. Luke. Mhm. Mhm. Okay. Okay. Ja, das war... Ähm. 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 Das war schon recht. Was? Fängt sie wieder an. Aber jetzt geht... Blöde Brooke. Okay, falsch angefangen hätten wir das vielleicht. Lala. Oh. Hätte man noch weiter zurückspulen müssen. Oh. 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 Fragen wir direkt mal nach Nathan. I need to find Nathan. Have you seen him around? Ask Warren. I mean, you're going to the movies with him. Okay. Come on, Brooke. Don't be that way. Nathan was suspended, but... ...he should still be on campus. Warren's not good enough for you? Okay. Ugh. I saw Nathan pissed and walking off campus earlier. Good luck getting that date, Max. Okay. I-I can't get my limited brain around that eclipse in the beached whales. I was hoping the science department had some ideas. Warren and I are supposed to compare notes and theories this weekend. Mhm. It's not like I don't own all the original Apes films. Macht Sinn. Two big brains are better than one. Or mine. We'd get the Nobel Prize if we could explain this phenomenon, but... Dafür ist das Örtchen doch gar nicht wichtig genug. Ja, gut. I have to go. Talk later, Brooke. Good. Nathan is not around. I should go back to Chloe. Jo. Aber vorher quatschen wir nochmal ein bisschen mit Samuel. Und Miss Grant. How are you doing, Max? Been a tough week. I know. Yes, it has, Samuel. How are you? Sad and confused, like everybody else in Arcadia Bay. Hm. You look like you have a lot of questions, too. Aber ja. I still have a million questions about what's happening to Arcadia Bay. That must be why Miss Grant says you're one of her favorite students at Blackwell. Vortex Club. Vortex Club. Er wäre auch mal interessant. I would be in her class in the Vortex Club. Yes, you would. Rachel saw right through them. She's not the only one. Nobody should be trapped in the Vortex Club. Get out now, Max. While time is on your side. Hm. Rachel. I keep thinking that Rachel Amber has a few answers. If we can find her. If Rachel wants to be found. Mhm. Do you think she's alive? She'll always be alive in our hearts. Tja. Tja. That's all we have left. But. Max. All I can tell you. Is to stay on your path. And you'll find what you're looking for. Rachel Amber is waiting too. Tja. Welches dunkle Geheimnis hast du, Hausmeister? Even though Miss Grant likes me. I have zero science skills to explain that eclipse. As I was just saying to her. That's because science has no explanation. No offense to Miss Grant here. But. This is just the beginning. Tja. Genau. Der Anfang von was. Beginning of what? Well, I don't believe anything ever ends. Especially time. That's why I can sense something bigger is coming to Arcadia Bay. And Max. I don't like it at all. Hm. Die ganzen toten Tiere. Tja. Genau. What do you think about all those dying birds? Samuel had to bury dozens near the Tabanga. Is that cool with the Tabanga? We'll find out if the souls of the bird move on. Not. We can prove it. It's so ominous. Hm. Hm. Die Wale. Hm. How can anybody explain all those poor beached whales? My dad was a fisherman. And he took me out to hear the whales sing. Now they, they just cry. Okay. Sie sind nicht allein. Ich gehe aber trotzdem auf Öko-Chaos. Do you think this is some kind of eco-disaster? Or? I think it's more than that. Somebody is causing all this to happen. You think so, Samuel? Oh oh. You and Arcadia Bay are connected by time and tide. So, next time I have a question, I'm coming to you. Mhm. Er scheint also eine Verbindung zu spülen zwischen uns und allem, was hier geschieht. Ja, möglicherweise. Oh, I'm glad to see your squirrels are still healthy and happy on the campus. Me too. If something happened to them... Oh. Not as long as you're here to take care of them, Samuel. The only thing that calms them is food. Lots of food. Which reminds me that I have to feed them now. Oh, I think everything is changing here. As a scientist, I'm Batman. So, how would you like a partner for a quick photo op? Okay, Arcadia Bay is scared too. Ja, eben. How would you like a partner for a quick photo op? Schade. Ja, gut, Leute. Dann würde ich sagen, für diese Folge sollte es das erstmal gewesen sein und in der nächsten Folge unterhalten wir uns dann mit Miss Grant noch und rennen dann aber auch direkt zu Chloe. Gut. Dann bleibt mir nur zu sagen, Leute, haltet die Ohren steif, habt ne geile Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Tetra Gamer Marcel. Ciao, Leute. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.